Pönis Kinowoche, der Podcast für alle, die gutes Kino lieben. Ja, hier ist der Podcast Pönis Kinowoche. Wie immer Mikrofon, Caroline, Carrie, Steinkrug und... Und Hans-Ulrich Pöni, Pönak. Und morgen Pöni, auch wach, ja. Mahlzeit. Ich bin sauer, bedient. Schon wieder. Wütend, entsetzt. Fußball. Wir müssen über Fußball reden. Fußball ist Kino auf dem Rasen. Und was sich im Augenblick im Fußball in den letzten Tagen abgespielt hat, das muss ich erzählen, einschließlich gestern Abend. Das fing am letzten Samstag an. Da spielte er Leipzig gegen Gladbach. Und da haben wir einen Schiedsrichter gehabt. Stieler heißt der. Tobias Stieler. Der hat sich auf dem Feld benommen, wirklich wie ein preußischer Feldwebel. Der hat einem Gladbacher, der gefault wurde, hat er das Foul nicht gegeben, sondern ließ weiterlaufen. Dann hat sich der Gladbacher empört, bekam die gelbe Karte. Und dann blieb er wie ein preußischer Feldwebel. Genau an diesem Gladbacher Spieler dran. An diesen Alessandro Plea. Und hat gewartet, ob der noch irgendeine Reaktion zeigt. Und der macht einfach so die Hand nach oben und schon kriegt er Rot-Gelb. Das ist wirklich... Das erinnert mich an meine Schulzeit. Da wurde mit dem Lineal geprügelt, wenn nicht schön geschrieben wurde. Es gab einfach Schönschreiben. Da wurde mit dem Lineal geprügelt. Und dann wurde so ein preußischer Weltwebel hervorgeholt. Das ist entsetzlich. Fortsetzung gestern Abend im Achtelfinale des DFB-Pokals. Da spielte zum Beispiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Bei Werder passierte Folgendes. Im Strafraum ein Foul an einem Dortmunder, an dem 17-jährigen Rehner. Die tollste Entdeckung. Der hat ein Tor gestern geschossen, was wirklich Tor des Monats mindestens ist. Das Foul wird nicht gegeben. Davon steht dieser Dortmunder Spieler auf und wird von einem Bremer an die Kehle gefasst und wieder runtergeschopst. Jeder hat jetzt gedacht, aha, Herr Winkmann, so heißt der Schiedsrichter, der ist schon berühmt-berüchtigt. Der wird jetzt Folgendes machen. Er wird A, den Bremer runterstellen. B, ein Elfmeter für Dortmund geben. Und dann ist natürlich der Regel kundgetan. Nein, was macht dieser Winkmann? Der gibt beiden Gelb und gibt Freistoß für Bremen. Und das hat mich so in die Wut versetzt, weil ja Dortmund hat ja gestern 2 zu 3 verloren. Aber vor allen Dingen, wenn ein Schiedsrichter, wie am letzten Sonnabend, wie gestern Abend, dieser Herr Winkmann, der ist ja schon berühmt-berüchtigt. Früher war es Gagelmann, jetzt ist es Winkmann. Wenn der maßgeblich auf das Spielergebnis Einfluss nimmt, dann bin ich stänke sauer. Dann brauchen wir, wir haben inzwischen fünf Schiedsrichter. Den Schiedsrichter, die beiden Linienrichter, den vierten offiziellen draußen, der die Trainer beruhigen soll. Und dann haben wir noch den da im Keller, der da alles beobachtet. Und fünf Schiedsrichter sind nicht in der Lage, für ein gerechtes Urteil zu sorgen. Ich habe mich gestern Abend aufgeregt wie ein Irrer. Bin dann zu Hertha rüber. Hertha in Schalke, habe Hertha keine Chance gegeben. Mir gedacht, nach dem letzten Freitagabendspiel 0-0, hier ging Schalke zu Hause. Das Punktspiel, jetzt das Pokalspiel in Schalke, hat Hertha keine Chance, wenn die so weiterspielen. Hertha hat 70 Minuten einen brillanten Fußball gespielt. Da haben wir 2 zu 0 geführt. Das Endergebnis wissen wir ja, 3 zu 2 für Schalke. Aber dann passierte ein Herr Osmas etwas, dem Herrn Osmas etwas, dem Schiedsrichter. Ein Herthaner wird am Spielfeldrand gefault, fällt rein an die Bank, an die Spielerbank. Der Trainer von Schalke möchte ihn hochheben, will ihn hochheben, fässt ihn dabei natürlich an. Und der Schiedsrichter macht folgendes, gibt dem Hertha-Spieler, weil er die Kiste, wo die Tränke drin sind, die leere Kiste, einfach nur kurz in die Luft wirft, gibt er eine gelb-rote Karte. Und dem Trainer von Schalke, der dem Herthaner hochhelfen wollte, nichts weiter, der hat ihn weder groß angefasst, hat er rot gegeben für den Innenraum. Lieber Herr Osmas. Also die Regelpapiere sind ja wohl eindeutig. Er hat wieder Einfluss genommen, seinen entscheidenden Einfluss genommen auf das ganze Spiel. Also das ist, was im DFB im Augenblick los ist, die benehmen sich wirklich wie preußische Feldwebel und verderben einen dabei den ganzen, wirklich den ganzen Beschmack am Fußball, der sich inzwischen zum Kino entwickelt hat. Also drei Entscheidungen der letzten Tage von Schiedsrichtern im Fußball, einmal bei der Bundesliga, einmal in den Pokalspielen, wo ich sagen muss, Friedeivel nochmal, nein, das ist nicht erwünscht. Wenn ihr schon fünf Leute seid, dann nüsstet ihr mindestens mal einer richtig was vernünftig sehen. Aber Winkmann und Osmas von gestern Abend, ehrlich, ihr könnt zurück in die dritte Liga, wo ihr herkommt. Es ist zum Kotzen. Also null Pönis dafür? Null minus null Pönis. Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass für Mitmenschlichkeit jetzt die rote Karte vergeben wird, ja? Das ist ja unfassbar. Der David Morgan ist ein hervorragender, ganz, ganz ruhiger Trainer. Der rennt auch nicht am Spielvertretter rum, der guckt sich das Spiel an, gibt ein paar Anwalt. Aber der ist völlig ruhig und kriegt dafür, dass er dem Herr Tana, der da gefault wurde, der hintergefallen ist und diese Kiste da kurz mal in die Luft hin, will er hochhelfen, das sieht man richtig. Dafür kriegt er die rote Karte. Da muss ich sagen, Herr Osmas, ich weiß nicht, welchen Optiker Sie haben, aber wechseln ist absolute Bürgerpflicht und Fußballpflicht. Also ich schlage dir auf jeden Fall eine Sportreporter-Karriere vor, Pöni. Ich würde zu gerne mal mit einem Reporter zusammensitzen, er auf seine sogenannte objektive Weise. Bei Sky sind sie ja alles andere als objektiv, da sind sie sowas von subjektiv. Letzten Sonnabend bei Dortmund Union hat er nur über Union gesprochen und überhaupt nicht über die erstklassige Leistung von Dortmund. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde gerne sitzen und meine Meinung kundtun. Ich sag dir, vier Millionen Klicks sind mindestens, werden das mindestens. Naja, vielleicht hört ja jemand zu, der das ermöglichen kann. Wir haben heute Kino, ne? Wir haben Kino? Ja, auch. Die filmische Reihenfolge ist heute folgendermaßen. The Lodge, Enkel für Anfänger, Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn, 21 Riches, Intrige und im Heimkino haben wir The Last Full Measure. Keiner bleibt zurück. Ist das jetzt so richtig? Ich glaube, das war alles so korrekt. Weil ich noch... Also mein Herzschlag ist auch richtig schnell jetzt, ne? Weil man dir so gegenüber sitzt. Ich habe, wir sind zwei, glaube ich, habe ich dann Konflikt schließlich gegessen irgendwann. Meine Katzen waren völlig irritiert. Ich konnte nicht schlafen. Ich war aufgeregt, war innerlich aufgewühlt und habe immer noch eine Wut. Das gibt's gar nicht sowas. Aber es ist doch schön, wenn Dinge emotional, wenn Kino auf dem Rasen so emotional einen beeindruckt. Was schade ist, ist, dass die Zuhörer nicht sehen, denn die ganzen Notizen, die sich hier über dem Tisch verteilen und durch die Luft fliegen. Das muss man ja merken, sich alles. Also, ach so. Hör mal. Nee, das machen wir... In der Pause. Nein, das machen wir, bevor der deutsche Film kommt. Machen wir das. Ich habe hier noch was Interessantes. Ja. Du fängst jetzt an, denn du hast den Film gesehen, The Lodge. The Lodge, genau. Lass mich mal durchatmen. Du, ich muss durchatmen. Du hast mich jetzt richtig... Ich bin jetzt so richtig... Ich muss mich jetzt in diesen stillen Film versetzen und... Ja, meinen Puls erstmal runterholen. Wir haben drei, zwei verloren. Scheiße, nochmal. Also, The Lodge. Hä? Ach so, ja. The Lodge ist ein Horrorfilm und zwar als Koproduktion zwischen dem amerikanischen Filmkonzern FilmNation und dem britischen Horrortraditionshaus Hammer Films. Oh. Ja. Hammer. Hammer. Ich liebe Hammer. Gothic, Hammer. Richtig, das kennen wir. Christopher Lee, Dracula. Danke. Peter Cushing. Ich wollte es gerade sagen. Ach so, ich muss jetzt ruhig sein. Alles gut für mich. Ich bin völlig durcheinander. Boah, wir müssen echt mal runterkommen. Also, natürlich bekannt durch gotische Meisterwerke wie Dracula mit Christopher Lee von 1958. 1955, das hast du gerade erwähnt. Um die 80er Jahre letzten Jahrhunderts wurde es dann ein bisschen still um deren Gruselschmiede, bis sie dann 2012 mit die Frau in schwarz, und das habe ich recherchiert, der hat dir auch gefallen, Pöni, zurückkehrten ins Kino. Die Hauptrolle spielte damals Daniel Radcliffe. Eines jedoch hat diese Hammer-Inszenierung schon immer verbunden. Und zwar sind sie alle düster, neblig, geheimnisvoll, subjektiv böse und besitzen alle diese eindrucksvolle Atmosphäre. Diese Atmosphäre bringt jetzt auch Regisseurenteam Veronika Franz und Severin Fiala ins Spiel, die die Regie für The Lodge übernommen haben. Sie sind bekannt durch ihre österreichische Erstproduktion Ich Seh, Ich Seh von 2015. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee. Darin ging es sehr subjektiv um zwei kleine Zwillingsbrüder, die ein mörderisches Misstrauen gegenüber Mutter entwickelten, die nach einer vermeintlichen OP unter ihrem Gesichtsverband nicht mehr dieselbe zu sein schien. Hab ich gesehen, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Hast du doch gesehen, siehste. Ja, mittelprächtig. Mittelprächtig, fand ich auch, danke. Genau, jetzt also auch wieder, beziehungsweise damals auch bezeichnend für Ich Seh, Ich Seh, ausufernde langatmige Bilder, eine bedrückend düstere Stimmung, die vor allem im englischsprachigen Ausland aber tatsächlich für Aufsehen erregte, unter dem Titel Good Night, Mami. Dies sorgte nun dafür, dass diese anderen Produktionsfirmen auf die beiden aufmerksam wurden und jetzt machen sie zusammen The Lodge. Quasi ein Ferienhaus im Schnee, das zum grausigen Stelldicheintreffen dient. Was soll ich sagen, Pöni? Stellt sich hier jetzt wirklich packende Anspannung oder doch eher Langeweile ein, ist die große Frage. Ja, bei dir wahrscheinlich schon. Gedreht wurde in der Einöde Kanadas als Sinnbild der erkalteten Beziehung zwischen Stiefmama Grace, die sich so sehr ein besseres Verhältnis zu den Kindern ihres Freundes Richard wünscht und eben Aiden und Mia, die sich jedoch für den Selbstmord ihrer Mutter verantwortlich machen, also sie Grace dafür verantwortlich machen. Denn Papa, seines Zeichens Psychologe, ging damals eine Affäre mit dieser Grace ein, die seine Patientin war, nachdem sie knapp einem religiös-fanatischen Kult entkam. Das zerstörte dann die Ehe und auch die Familie, es ist alles ganz dramatisch. Deswegen also nun therapeutischer Zwangsurlaub in besagter Lodge. Ohne Vater, denn der muss in der Stadt arbeiten. Zusätzlich zieht ein Schneesturm auf und sorgt alsbald für Abgeschiedenheit und Enge, aber auch den Ausbruch innerer Dämonen, mit denen sich nun alle auseinandersetzen müssen. Und die große Quizfrage ist jetzt, wer muss hier Angst haben vor wem? Tja, also die Stimmung ist ja auf jeden Fall die Entertainmentmusik und die Musik sorgt auch viel für Stimmung. Wir haben Bilder, die natürlich an Ari Aster und seinen Midsommar erinnern oder auch an die zermürbend leise Inszenierung von The Witch von Robert Eggers. Zumindest will Lodge so sein. Während das am Anfang auch noch richtig gut klappt, mir durch den Kontrast zwischen plötzlicher Gewalt und innerhalb dem Unbehagen und somit so eine unterschwellige Bedrohung aufkommt, verliert sich diese leider im Laufe der Zeit. Das liegt einerseits daran, dass die beiden Regisseure es nicht schaffen, konsequent diese langen Einstellungen zu halten, sondern diese hingegen immer wieder mit plötzlichen Schockeffekten oder Spukpuppenhäusern so zwanghaft zerstören, was einfach die ganze Atmosphäre in your face sprengt. Dass es trotzdem so einigermaßen funktioniert, liegt an der Hauptdarstellerin Rayleigh Kierf in der Rolle von Grace. Denn sie wankt unglaublich gänsehautproduktiv zwischen der Opfer- und Täterposition hin und her und kreiert so eine nervenzerreißend stille Hysterie. Und das ist gar nicht so schlecht, Pöni, weil nämlich eigentlich wäre das so ein Film, der wieder ins Kunstspektrum abdriftet, aber durch ihre Performance wird es wirklich für die breitere Masse zugänglich. Zu erwähnen sind vielleicht noch Hobbit-Zwergenkönig Richard Armitage als Vater, eher in so einer Nebenrolle. Wer bitte? Richard Armitage, das war der Hobbit-Zwergenkönig. Und Jaden Liebenherr, der ist bekannt aus S, der den Sohn spielt. Als wirklich kleiner Engel, dem man sowas Fieses erstmal nicht zutraut, aber es endet richtig böse. Kann man da nur sagen, Freunde der langsamen Bilder wird dieser Film freuen. Anhänger des aktiven Angst einflößens eher langweilen. Ich ganz persönlich habe gekämpft gegen das Einschlafen, bin ich ehrlich. Und zeitgleich war ich aber auch fasziniert von dieser Atmosphäre. Deswegen gibt es von mir dreieinhalb Carrie Pönis für The Lodge. Also mir hört dieser Film an, dass ich ihn mir auf keinen Fall ansehen werde. Naja, du mochtest auch The Lighthouse von den Leuchtturmen, ne? Der war auch sehr still. Ja, der war zwei Personen im Leuchtturm, da waren Geräusche, da war Atmosphäre, da war Willem Dafoe. Aber das hier hört sich nach, ja. Ist aber nicht, ja. Na gut, du hast es ja erklärt. Und Hundefans seien gewarnt, Hundefreunde, die brauchen echt starke Nerven. Ach du liebe Güte, und ausrechnet du sagst das? Ausrechnet, ich sag das. Merlin? Nee, Merlin geht's gut, er lebt noch. Sagt dir das Filmfestival Max Offens was? Natürlich. Gut. Das ist ein jährliches Filmfestival in Saarbrücken für Nachwuchsfilme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und neulich fand vom 20. bis 26. Januar ja der 41. Standort, das 41. Festival statt. Und mir ist in einer Fachzeitung Folgendes aufgefallen. Bitte. Ich lese dir das mal vor und mal sehen, ob du drauf kommst. Drei Dinge stachen beim 41. Filmfestival Max Offens in Saarbrücken ins Auge. Elf der 16 langen Spielfilme im Wettbewerb wurden von Regisseurinnen gedreht. Das aktuelle Generalthema Klimaschutz spielte keine Rolle. Dafür handelten gleich drei Spielfilme auf dem wichtigsten Forum des deutschsprachigen Nachwuchsfilms von Tod und Todessehnsucht. Mhm. Hallo. Ja, ich höre dir zu. Von Tod und Todessehnsucht. Ich finde das toll. Aber das deutsche... Das ist die Pointe. Ja. Hallo Mädel. Das ist doch keine Pointe. Dafür handelten gleich drei Spielfilme von Tod und Todessehnsucht. Haben wir bitte schön nichts anderes in diesem Land als Tod und Todessehnsucht und Krankheiten und weiß ich was, Bauchweh und so einen Scheiß? Okay, aber dann habe ich keine Pointe verpasst, weil das ist doch im deutschen Film normal und im österreichischen und im... Ich habe dir doch gerade was über The Lodge erzählt, oder? Ein neuer deutscher Film heißt Enkel für Anfänger von Wolfgang Groß. Dieser Wolfgang Groß ist ein Regisseur, der ist auf sehr unterschiedliche Weise unterwegs. Der hat mal gedreht Filme wie Systemfehler, Wenn Inge tanzt, den fand ich damals ganz gut. Den Kinderfilm Rico, Oskar und das Herzgebreche, den fand ich auch ganz gut. Und neulich hat er einen Film gedreht, der war mit Nullpönis noch überbewertet, Kalte Füße. In dem spielte aber auch Heiner Lauterbach mit. Und Heiner Lauterbach ist ein gutes Stichwort. Der spielt auch mit in Enkel für Anfänger. Ich komme gleich auf den zurück. Aber er sagt in einem Interview am letzten Wochenende hier in der Berliner Zeitung, das finde ich ganz gut, weil ich finde ihn immer interessanter auf der Leinwand als Altersclown. Der war ja in Willkommen bei Hartmanns Ware unterwegs und neulich in noch einem Film, Wir sind die Neuen, ja natürlich. Und er sagt hier, es gibt gewiss spaßigere Dinge als alt werden, aber die einzige Alternative wäre früher sterben. Und das ist ja auch scheiße. Insofern sollte man dankbar sein, in einem vernünftigen Zustand älter werden zu dürfen. Das ist gleichzeitig lustig und sinnvoll, wie ich finde. Also, der Film heißt Enkel für Anfänger. Und lange Zeit ist mir das nicht passiert, dass ich im Kino, der Film dauert 104 Minuten, einfach passabel klarkomme. Ich war verblüfft, mit welchen komischen Pointen der Drehbuchautor Robert Löhr sein Drehbuch gefüllt hat. Zum Beispiel, meine Eltern sagen, wir essen nur Bio, sagt so ein kleiner Piepel. Dann überleg dir mal, wer der Gemeine ist. Der, der ein glückliches Schwein tötet oder der, der ein unglückliches Schwein tötet, sagt Heiner Lauterbach. Denn Heiner Lauterbach spielt diesen guten Bürger Gerhard. Der hat mit seinen Seniorentagen eigentlich ganz passabel zu tun. Also, der ist nicht unzufrieden. Dann kriegt er Kontakt mit den Schwägerinnen Karin und Philippa, gespielt von Marin Kreumann und Barbara Sokova. Man kennt sich aus Jugendtagen. Und Karin, die eine, also die Kreumann, hat die ganze Senioren wie Eheruhe, hat sie satt zu Hause. Sie hat so einen bequemen Garten. Und Harald, den spielt Günther Maria Hallmer, den man ja fast nur im Fernsehen sieht. Und da passiert nichts. Sie wollen nach Neuseeland reisen, aber er will nicht, er nölt. Er möchte nur zu Hause bleiben, möchte den Feierabend genießen, den kleinen Garten. Und sie sagt, nee, die Realität ist nicht golden oder silber. Die ist Beige. Während die andere... Beige oder Beige? Beige. Was ist denn Beige? Beige ist das Fremdwort für Beige. Ah, okay. Die andere heißt Philippa und das ist so eine flippige Hippie-Aktivistin. Die kümmert sich immer noch als eingekaufte Patenoma um die Gören von zu wenig Zeit habenden, gestressten Eltern. Kümmert sich um hyperaktive Geschwister von überfürsorglichen Helikoptereltern. Also, beide machen und ziehen jetzt ihren gerade neu getroffenen alten Freund Bürger aus der Jugendzeit, also Heiner Lauterbach, nee, Gerhard, heißt der, Bürger Gerhard, ich will damit sagen, dieser bourgeoisie Gerhard, den ziehen sie mit rein, der will nicht, der wird zurück mit Kindern, ich hab schon noch mit mir zu tun, jetzt auch noch so ein Gör. Aber dann lässt er sich doch schnell überreden, was nicht sehr logisch erzählt wird. Und dann beginnen natürlich die Turbulenzen mit vielen listigen Verbalattacken. Ihr sagt schon, so hübsche, wirklich hübsche Pointen bei. Aber dann gibt es auch so eine kurze Annäherung zwischen Karin, Marien, Kräumann und einem Kai. Dominik Rack spielt den, das ist der Papa für einen von den Eltern. Die kriegen noch so Altersliebesluft und so. Da kriegst du schon so den ersten Hieb dieser Film. Aber dann geht es plötzlich los. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Schnell und Schmerz, das zum Ende kommende Fernsehen. Wenn du einen Tatort hast von 90 Minuten, der wurde aber inhaltlich 120 Minuten vertragen, müssen die aber in 90 Minuten fertig sein, weil das ja so vorgeschrieben ist. Und dann beeilen die sich in den letzten 20 Minuten, alle Probleme zu lösen. Alles wird verhandelt. Und zu aller Zufriedenheit hier in diesem Film, Enkel für Anfänger auch noch. Das heißt also, diese ironischen Zwischentöne, wie sie mal waren, keine Rede mehr. Stattdessen so ein völlig unbefriedigendes Happy-Together-Fazit. Und das ist so fade. Das geht einen so auf und sagt, dass das viel Sympathie für diesen lange Zeit wirklich Ulkien-Film Punkte kostet. Ich gebe Ihnen noch schwächelnde drei Pönis, aber Enkel für Anfänger, liebe Freunde. Also da muss ich sagen, oi, oi, oi. Aber Heiner Lauterbach, den möchte ich in so einer Altersclown-Rolle. Da wird er immer vorteilhafter. Da möchte ich ihn öfter sehen. Der ist da richtig, richtig, richtig gut drauf. Und wenn er ein gutes Drehbuch hat, könnt ihr mir vorstellen, ja, das funktioniert. Also, schwächelnde drei Pönis für Enkel für Anfänger. Der nächste Film, den habe ich wieder mal nicht gesehen. Aber das ist ja auch was für Carrie. Ich habe nur was von Superfrauen gelesen. Und ich habe dann von Kollegen gehört, da wird nur mit einem Baseballschläger rumgeprügelt. Und weiß ich, weiß ich, keine Ahnung. Also, Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Was ist das? Wer ist das? Warum ist das überhaupt? Ja, Pöni, auch wenn du mich jetzt gleich wieder schlagen wirst. Ach, ich schlage dich nicht. Ich habe die noch nie geschaut. Oh, 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 oh. Gerade eben noch, vor der Aufnahme. Zärtlichst gestreichelt. Ja, ja. Ich schlage dich. Sag mal, wir machen gleich eine Me-Man-Bewegung draus. Me-Man. Nein, oh Gott. Nee, also ich werde mir für diesen Film tatsächlich kurz Zeit nehmen müssen, weil Harley Quinn tatsächlich mein absoluter Lieblings-DC-Charakter neben dem Joker ist. Nochmal, DC-Charakter? DC, ja. DC Comics. DC Comics, genau. Ist das ein Comic-Film? Das ist ein Comic-Film. Sagst du gleich. Und zwar ist Harley Quinn, die tauchte das erste Mal in Suicide Squad 2016 im Kino auf, die Freundin von? Na? Wonder Woman? Joker! Joker-Won. Das ist also Jokers Gespielen und Spielzeug und auch Kreation. Und ich finde, gerade in Zeiten, wo jetzt Joaquin Phoenix mit dem Joker so viel Aufsehen erregt, hätte es eigentlich... Und wohl nächsten Montag den Oscar kriegen wird. Natürlich würde er den Oscar kriegen. So viel Aufsehen bekommt, wäre es so schön gewesen, wenn Harley Quinn einfach einen tollen Film gehabt hätte. Aber leider funktioniert der gar nicht. Ach. Das liegt zu einem daran, dass ja der Joker und Harley Quinn so eine Bonnie-und-Kleid-Beziehung haben, die auch deswegen fasziniert, weil sie eben gerade so eine extreme Mischung aus Gefühl und Grausamkeit darstellt. Und jetzt passiert hier Folgendes. Diese Faszination wird vollkommen genommen, denn es kommt inhaltlich zu einer Trennung der beiden. Das heißt, der Joker, also ursprünglich gespielt von Jared Leto in dem Universum, taucht gar nicht erst auf. Offiziell hieß es dazu, dass man Harley Quinn mehr in so eine toughe Mädchengang einbauen wollte. Aber so unterschwellig munkelt man auch, dass Leto so ein bisschen Probleme hatte mit der Produktion und deswegen erst gar nicht mitspielen durfte und jetzt bei Marvel arbeitet. Was ich persönlich schade finde. Stattdessen hier also nun die Birds of Prey, was zu deutsch so viel bedeutet wie Raub- oder Greifvögel. Das ist sowas quasi wie die Spice Girls, falls du dich an diese Popband erinnerst, nur im DC-Universum und um einiges blutiger natürlich als diese britische Popband. Die Birdies sind die rachsüchtige Mafia-Tochter Helena Bertinelli, genannt Huntress, die Barsängerin Diana Lance mit dem Künstlernamen Black Canary und René Montoya, eine Polizisten auf der Suche nach neuen Wegen oder auch Abwegen. Allesamt sind es junge Frauen, die wollen sich jetzt also emanzipieren. Natürlich auch frisch Single Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie. Wir beide lieben Margot Robbie, das weiß ich. Harley Quinn, also die bekanntliche Titelheldin, muss jedoch echt einiges an Federn lassen, wenn es um die Aufmerksamkeit innerhalb der Storyline geht. Denn mehr im Mittelpunkt sind diese fiesen Vögelchen, die irgendwie zwar schon mit ihrer Hilfe, aber auch wieder alleine ein kleines Diebesmädchen jagen, das einen wertvollen Diamanten geklaut hat, verschluckt hat und diesen nun wieder ausscheiden soll. Sehr ulkig. Gejagt werden sie dann auch von so namenlosen Kopfgeldjägern, weil ja Ex-Daddy's Little Monster Quinn so jetzt ihre Immunität verloren hat, wo sie den Joker nicht mehr hat und dann geht das los und bla und blub und blie. Ja, ich verstehe das, diese Trennungsphase gab es auch in der Vorlage, aber trotzdem funktioniert die hier überhaupt nicht, weil die Connection völlig gekappt wird. Also in den Comics war es immer noch so ein bisschen Hass und Liebe, aber es gab immer diese Collection und die ist einfach hier überhaupt nicht mehr da. Die jetzt komplett rauszunehmen, funktioniert nicht, nicht einmal in der Zeit eines berechtigten Hollywood-Feminismus oder von MeToo. Es tut mir wirklich leid, aber in dem Fall geht es nicht. Der Film verliert völlig an Potenzial, weil eigentlich wäre ja die Stärke Margot Robbie gewesen, die spätestens seit I, Tonja weltweit anerkannt ist als Schauspielerin und die einfach so super süß und sexy ist und davon ist nichts mehr übrig. Wir haben jetzt nur noch eine Haut-drauf-Pippi in so einem Punk-Style, anstatt dieses süße blonde Gift-Mädchen mit diesem Doppelboden-Sex-Appeal und dann auch noch schreckliche Outfits und oh, es ist ganz schlimm. Also mir, ich hab, mein Herz hat geblutet wegen dieser Figur. Naja, dazu kommt, dass der Film brutaler ist, brutal, 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 wir haben einen absoluten Gore-Effekt, er ist blutrünstig, man muss an Deadpool denken von Marvel, wo das ja eigentlich noch ganz gut funktioniert, hier funktioniert es gar nicht. Dann haben wir einen absolut nervenden Voice-Over, der einfach krampfhaft versucht, die ganze Zeit das zu erzählen, was nicht da ist, nämlich eine Geschichte, die einfach nicht funktioniert, weil anstelle einer starken Bonnie, die den Lernplatz von Clyde hätte füllen müssen, absolut nichts zünden. Das ist nicht mal der Witz, den eigentlich beide Figuren, also gerade Joker, Harley Quinn haben so einen Witz, ja, ist nicht da. Achtung, Achtung, Scheißfilm. Ja, die Folge viel Frust, null Fun, kaum Entertainment, aber dafür, Pöni, und das ist die Ironie, jetzt kommen wir zum Witz. Ewan McGregor spielt den Antagonisten, den Bösewicht namens Roman Sionis, Black Mask, und der ist wirklich so toll, der präliert dermaßen, dass die Mädels völlig in den Hintergrund rücken. Und das in einem emanzipatorischen Kontext, na, genau, ist totaler Schwachsinn. Es ist zwar so, vom Gesamten, jetzt nicht der Totalausfall, null Pönis, aber ich hab mir die ganze Zeit gewünscht, Margot Robbie hätte einfach einen Regisseur wie Todd Phillips gehabt, der ihre Harley Quinn mal so inszeniert hat, wie er es mit dem Joker getan hat, mit dieser Intensität, der Liebe zum Detail, zum Feingefühl für Dialoge und überhaupt für die gesamte Inszenierung. Tja, ironischerweise, zwei Kerle gewinnen in Birds of Prey, nämlich der Joker, der fehlt und schmerzlich vermisst wird, und Ewan McGregor, für mich der totale Rummelrotz. Zwei Carrie-Pönis. Immer noch zwei. Ja, für die Haustierhyäne Bruce und den ausgestopften Biber im pinken Tütü. Die Haustierhyäne Bruce und dem ausgestopften Tütü-tragenden Biber. Ich werde ja nie erfahren, warum, weshalb, wieso, will ich auch gar nicht, interessiert mich auch gar nicht, ich höre nur die ganze Zeit. Außer Todd Phillips wird das verfilmen, dann wird es dich interessiert. Ich glaube, das ist doch Quatsch, Todd Phillips wird doch sowas nicht verfilmen, das ist doch Blödsinn. Naja, hat den Joker ja auch verfilmt. Ja, aber... Es wäre schön, er würde dieser Figur den gleichen Tiefgang. Er soll den normal, willst du das normal haben von einem anderen Regisseur? Ah, Carrie. Na, ich hätte gerne meine Charakterstudie zu der Figur, weil die ist wirklich toll. Carrie. Wir haben viel gemeinsam, wir sehen süß aus und schlagen zu. Wen meinst du jetzt? Mich. Ja, wundern Sie sich, dass ich manchmal zur Keule greife? Muss. 21 Bridges von Brian Kirk heißt der nächste Film, der kommt aus den USA, gedreht von Brian Kirk. Und Brian Kirk ist ein interessanter Regisseur, also ein irischer Film- und Fernsehregisseur. Der hat an den Folgen einer exzellenten BBC-Serie mitgearbeitet, Luther, Iris Elber, die habe ich sehr gemocht. Sowie hat Folgen von Game of Thrones und Boardwalk Empire inszeniert. Kannst du mal über Game of Thrones nicht so weggehen? Er hat Folgen von Game of Thrones gemacht, das ist wichtig. Naja, Game of Thrones halt. Ist ja keine besonders gute oder große Serie. Ja, wenn man 7 und 8 streichen. Also in seinem Debüt-Ami-Film ist es ihm gelungen, wirklich hier ein saftigen Action-Power-Film zu machen. 21 Bridges in New York. Es gibt einen schwarzen Cop, der hat mal miterlebt in der Jugendzeit, wie sein Vater von einem Drogenhändler umgebracht wurde. Er ist auch Cop geworden und ist ein erbarmungsloser Cop. Das heißt, er hat zwar gute Quoten in Sachen Lösung von Fällen, aber er geht dabei auch konsequent vor. Das heißt, er hat mehr Tote, als die Aufsicht das mag. Er muss zur Dienstaufsicht und sie sagen, hör mal, das ist vorbei. Er sagt notfair. Man wird sehen. Es passieren fürchterliche Dinge an diesem Abend in New York. Da sind zwei Drogendealer, Diebe unterwegs. Und die erschießen acht Polizisten auf ihrer Jagd nach den Drogen. Und natürlich muss Andre Davis sich einschalten, er kriegt den Auftrag hier mitzumachen. Das FBI ist sauer. Er sagt, mit so einem Hansel hier, der alles nur weggebackballert, den können wir nicht. Also auch untereinander ist das sehr, sehr ungereimt und ziemlich böse. Man geht nicht nett miteinander um. Aber sein Vorgesetzter, der sagt hier, du musst hier auf jeden Fall McKenna, J.K. Simmons spielt hier in Weplash. Der sagt, du bist hier die Nummer eins. Du ermittelst, du hast Zeit bis morgen früh, die ganze Nacht durch. Und dann musst du die beiden Drogendealer finden und dann musst du die Sache aufklären. Gemeinsam schickt er ihn noch an der Seite eine routinierte, vom Drogendezernat kommende junge Frau. Frankie Burns, gespielt von Sina Miller. Und dann geht's los. Ja, dann geht's in dieser Nacht los. Und das Bekloppte ist, das ist wirklich ein spektakulärer Adrenalinkrimi. Das Ding ist sowas von nervenzerfetzend, sowas von aufregend, obwohl es sehr, sehr hart und sehr, sehr brutal ist, dass man sagen muss, Donnerwetter, also das Fernsehen liefert uns ja jeden Tag zu Hause irgendwelche Krimis, von denen ich 90 Prozent beim Durchzappen oder wenn ich sie doch mal sehe, für Schrott halte. Aber das, was hier fürs Kino gedreht wurde, das ist ein anderes Kaliber. Das ist schon irre. Und dann wird natürlich angeordnet vom André Davis, Chadwick Boseman spielt den, der Black Panther Star. Alle 21 Brücken von Manhattan werden geschlossen und die drei Flüsse dicht machen, die vier Tunnel blockieren. U-Bahn fahren nur noch im Kreis und dann fluten wir die Inseln mit Polizisten, heißt es. Und die Öffentlichkeit, die natürlich das alles ertragen muss, die dürfen nicht mehr auf die Straße, dürfen nicht mehr U-Bahn fahren, dürfen gar nichts mehr. Die sind natürlich irritiert und darüber hinaus noch empört, weil deshalb bis morgen früh muss das geklärt werden. Tolles Ding, fesselnd, bleihaltig. Ich finde ungemeine viele Spannungen. Mir hat das gut getan, mal im Kino zu sitzen und einen richtig spannenden, händeschweißvollen Krimi zu sehen, Thriller zu sehen. 21 Bridges kriegt bei mir dreieinhalb Pünis. Mir kribbelt das immer so in den Fingern, das mal in echt auszuprobieren. Was denn? Mal so alle 21 Brücken da sprengen und gucken, was passiert. Nicht sprengen, zu machen. Schließen. Aber sprengen wäre auch eine Maßnahme. Du hast irgendwie... Harlequin gesehen. Was Falsches jetzt... Was hast du jetzt irgendwie... Aber es wäre doch mal interessant, was dann passieren würde, wenn man das einfach mal alles kappt. Glaub mir, dass es... Schwieriger wäre es allerdings... Und in dem Film die Klapperschlange, wo New York ja abgeschlossen war. Der war toll. Von John Carpenter, alter Hammer. So, Carrie. Ja? Ich wollte nur gerade sagen, Berlin wäre das schwierige, weil Berlin hat ja bekanntlich mehr Brücken als Venedig. Ach was. Gut. Historische Akten aus. Runterfahren. Ruhe. Denn wir kommen jetzt wirklich zu einem Fünf-Pünis-Film. Wir kommen zu einem herausragenden Film, zu dem Film dieser Woche, der im vorigen Jahr beim Festival von Venedig lief. Dort den Preis der Jury gewonnen hat. Und natürlich auch Aufsehen erregt hat, weil er ist von Roman Polanski. Stopp. Roman Polanski? Was denn? Trommelwirbeln, wenn es der Film der Woche ist. Irgendwann schau ich das doch. Irgendwann muss unser Produzent hier, Mr. White... Du musst jetzt den Titel sagen. Muss weggucken und muss... Den Titel. Intrige. Danke. Nach dem gleichen Roman von Robert Harris. Und gleich mal beantworten wir gleich die erste Frage, die du nicht gestellt hast, die sich aber jeder stellt. Darf man eine private Person von seinem Kunstwerk, von seiner Kunstperson trennen? Ja. Unbedingt darf man. Roman Polanski, wir wissen es, ist Anschuldigung ausgesetzt seit Jahrzehnten. Darf in bestimmte Länder nicht reisen, weil er dann sofort verhaftet werden würde. Obwohl er inzwischen 87, glaube ich, ist. Er ist Jahrgang 33, natürlich, er wird 87. Aber ich denke dran, dann müsste man ja auch die Filme von Hitchcock verbannen. Die Auftritte und Filme des Klaus Kinski. Da lief gerade eine großartige Dokumentation bei Arte über Klaus Kinski. Ganz, ganz schlimm, was der mit seinen Töchtern angestellt hat. Und man müsste auch die Musik von Michael Jackson verbannen und verbieten. Ich finde Roman Polanski als Künstler großartig. Und er hat ja hier einen Film abgeliefert. Er ist bekannt durch seinen Horrorfilm Rosemary's Baby von 68. Durch den Kriminalfilm Chinatown von 74. Sowie einen Holocaust-Spielfilm, der Pianist 2002 hat er einen Oscar bekommen. Goldene Palme von Cannes. Ich mag weiterhin von ihm Tanz der Vampire natürlich. Und ich mag weiterhin von 2011 das Gesellschaftsdrama, das Gesellschaftsvergnügen nach Jasmina Reza, Der Gott des Gemetzels. Hat mir großartig gefallen. Überschrift zu Intrige. Selten war ein historischer Film so brandaktuell. Diese historische Filmintrige basiert auf einem Sachbuch des Schriftstellers Robert Harris. Den kennen wir durch Romane wie Vaterland. Ist auch verfilmt worden im Fernsehen. The Ghostwriter. Und natürlich zum Schluss durch den Film... Ja, The Ghostwriter. Damals mit Pierce Brosnan. Da hat er in Silber einen Berlinalen-Bären bekommen. Drei europäische Filmpreise und viele Césars. Und 2013 kam das Buch, das Sachbuch Giacus. Ich klage an heraus, dass Roman Polanski also jetzt für seinen neuen Spielfilm Intrige benutzt hat. Wieder mit Drehbuchunterstützung von Literaten Robert Harris. Und es geht um Dinge, die so aktuell sind, dass man seinen Augen nicht traut. Ich habe, als ich das hörte, dass Polanski den Dreifuß-Skandal, die Dreifuß-Affäre verfilmt hat, habe ich gedacht, mein Gott, es gab wirklich genügend Filme. Schon in den 20er Jahren. Und ich kenne sie fast alle. Was will denn der Kerl da Neues machen? Oh, 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 Pöner, deine Scheiß-Vorurteile. Antisemitismus, Militarismus, Fake News, Verschwörungstheorien. Ein Whistleblower, den man damals natürlich nicht so nannte. Das alles steht hier im Mittelpunkt. Die Dreifuß-Affäre hat Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts intern Frankreich wahnsinnig erschüttert. Warum? Es gibt einen jüdischen Offizier, Dreifuß, der wird des Landesverrats bezichtigt und in einem reinen Indizienprozess mit zweifelhaften Beweisen zu lebenslanger Verbannung auf die sogenannte Teufelsinsel in Französisch-Goyana verurteilt. Und weg. Das Urteil wird vollstreckt. Er ist auf einem Hof, da muss ich nicht nur sagen, 4000 Soldaten stehen, ganz stumm drumherum, hinter den Gittern aufgewühltes Pöbelvolk schreien, hasst ihn, also macht ihn kaputt. Und ein Oberst sagt in dem Moment, die Römer warfen den Löwen Christen zum Fraß, wir geben ihn Juden. Das nenne ich Fortschritt. Denn Alfred Dreifuß ist Jude und man mag ihn nicht beim Militär. Und da geht schon bei mir die Hut hoch. Was hat das damit zu tun, dieser verdammte Antisemitismus, welche Religion irgendjemand angehört? Es ziemt sich nicht, ich erwähne es trotzdem, Roman Polanski ist Jude. Aber es ist völlig wurscht, so wie andere katholisch, evangelisch, muslimisch oder sonst was sind, ist dieser Antisemitismus das Widerwärtigste überhaupt. Der hätte schon längst ausgerottet werden müssen, geht aber nicht. Und heutzutage ist er ja schlimmer denn je zugange. Wenn ich nur denke, was neulich in Halle erst passierte. Aber zurück zur Intrige. Da gibt es einen neuen Geheimdienstchef, Oberstleutnant Picard, Jean Dujandant spielt den, wir kennen ja das OSS 117 und hier vor allen Dingen den Oscar-Film, die Artist, wo er als erster Franzose einen Oscar bekommen hat. Großartig. Und er spielt den Geheimdienstchef, Oberstleutnant Picard, wie gesagt, der tritt seinen Dienst an und stößt einen von Korbsgeist nur so durchsetzten Dienstapparat. Und den er so langsam, aber beharrlich aufbricht und aushöhlt. Und da stößt er auf Ungereimheiten in der Sache Dreifuß. Und obwohl Picards Antisemit gilt, beginnt er beharrlich mit den Recherchen. Und was kommt raus? Ein Geheimdienst, der außer jeglicher Kontrolle gerät. Eine korrupte Justiz, die alles im Namen der nationalen Sicherheit rechtfertigt. Eine parteiische Presse, die im Namen der Kesseltreiben gegen eine Minderheit veranstaltet. Und dann vor allen Dingen, wie Robert Harris es im Roman ausdrückt, der angebotene Instinkt aller Mächtigen, ihre Verbrechen erfolgreich zu vertuschen. Na klar. Aber er bleibt aufrecht, dieser Oberstleutnant Picard. Ja, oralisch aufrecht, standhaft, er wird aber vom Jäger zum Gejagten. Polanski hat daraus einen ganz packenden Stoff gemacht. Das heißt, wir haben es hier mit einem Thriller zu tun. Mit einem Thriller-Drama, der auch handwerklich mit seinem Kameramann Pavel Edelmann wirklich von ästhetischer Brillanz ist. Wie mit den Farben gearbeitet. Brau, Grauen und vor allem diese autoritären Rottöne der Uniformen. Oder wie mit architektonischen Details gearbeitet wird. Man glaubt, man fühlt, man ist jetzt mittendrin. Da ist nicht eine Effekthascherei. Es ist so an die Nerven gehend und so großartig und so hintergründig. Und Polanski sagt ja immer wieder im Interview, die Aufrechten müssen sich endlich heute besinnen, aufstehen, sonst gewinnen die Rechten. Und was das bedeuten würde, siehe auch meinen Film. In der Nebenrolle Louis Garel, der den Alfred Dreifuss spielt. Den kennen wir jetzt gerade in Little Women. Dünn, hager, wütend, verletzt. Aber als großartiger Rampenschauspieler mit wahnsinnig souveränen Fingerspitzengefühlen, mit einer darstellerischen Präzision und eindringlichen Präsenz ist eben Jean Dujardin. Der ist wirklich sowas von... Gleichzeitig denkt man, man hat einen Detektiven von Agatha Christie oder Philipp Mahler im Gange. Will sagen, Intrige, Roman Polanski. Das ist ein Meisterwerk, das kriegt fünf Pönis. Und das müssten sich viele, 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 viele ansehen, weil die Verbindungen zum Heute sind großartig. Ach so, und eins noch, das Ensemble in jeder Figur, bis zum kleinsten Knopf-Typen. Großartig, fantastisch, glaubhaft, überragend. Ich hab mich sowas von wohlgefühlt, der Film erschüttert Bauch und trifft den Kopf tief. Intrige von Roman Polanski. Fünf Pönis. Also ich muss sagen, Roman Polanski ist auch einer der Regisseure, von denen ich sehr viel halte. Das klingt jetzt komisch, aber... Ich hatte das Vergnügen, unter ihm mal zu arbeiten, und zwar mit Tanz der Vampire. Unter ihm? Das sagt man so im Musical. Verstehe. Ein kleiner, blöder Scherz, ich weiß, ganz blöder Scherz. Entschuldigung, da schäm ich mich, Entschuldigung. Schäm dich, ab in die Ecke. Nö. Nee, und zwar bei Tanz der Vampire damals hat er Regie mitgeführt, beziehungsweise uns so ein bisschen kontrolliert, und schon da hat man gemerkt, was für ein tiefsinniger Mensch er ist und wie wahnsinnig begabt er ist, aus den Schauspielern auch das rauszuholen, was es braucht. Und deswegen wundert es mich nicht, dass gerade das Ensemble, wie du es beschreibst, so toll funktioniert, weil da legt er wirklich unglaublich in Wert. Aber der Kerl ist jetzt 85, das heißt seine Kräfte, seinen Geist. Nee. Der hat alles beisammen. Der ist hellwach. Der kriegt die Bilder hundertprozentig in Bewegung. Spannend, spannend, spannend in Gang. Wie gesagt, Mitte 80, das ist faszinierend. Ja, ich hoffe, er macht noch weiter. Ich kann noch mehr sehen. Es wäre wünschenswert, auf diesem Niveau weiterzumachen. Das wäre großartig. Also, fünf Pönis. Ich habe noch einen Heimkinofilm. Der heißt The Last Full Measure. Keiner bleibt zurück im Original. Last Full Measure, das letzte volle Maß. Und hat mich auch ganz schön beschäftigt. Am Anfang fiel mir ein, ein Spruch des französischen Philosophen Paul Valéry. Der hat mal gesagt, höre genau zu, der Krieg ist ein Massaker von Leuten, die sich nicht kennen, zum Nutzen von Leuten, die sich kennen, aber nicht massakrieren. Finde ich wunderbar schlau formuliert. Es geht hier am Anfang um den Vietnamkrieg, Jahre, Jahrzehnte her. Da gab es einen Vorfall, dass amerikanische Soldaten in den Hinterhalt gelockt wurden. Sie hatten große Mühe, sich zu verteidigen. Viele starben. Aber es gab einen Rettungsfallspringer, William H. Pitzenberger. Jeremy Irwin spielt den. Der hat sich im letzten Hubschrauber befunden und ist nicht etwa abgehauen. Was sicherlich 99% seiner Kameraden gemacht hätten, sondern er hat sich runtergeseilt, hangelt sich unten und rettet mehr als 60 Kameradenleuten das Leben. 33 Jahre später gibt es einen ehrgeizigen Pentagon-Beamten, Scott Huffman, gespielt von Sebastian Stan. Den kennen wir übrigens aus I, Tonya. Und aus den Avengers. Genau. Der kriegt den Auftrag offiziell. Hören Sie mal, klären Sie mal, ein Veteran hat einen Antrag gestellt, dass diesem damaligen Soldaten, William H. Pitzenberger, die Tapferkeitsmedaille verlieren werden müsste. Medal of Honor ist die größte, allergrößte Tapferkeitsmedaille in Amerika. Und um das herauszufinden, ob dem im Nachhinein diese Tapferkeitsmedaille zusteht, dann fängt er an, in alten Akten zu wühlen und Veteranenkameraden von Pitzenberger aufzuspüren. Er hat vor allen Dingen deshalb die Aufgabe gekriegt, das sehen wir auf der Leinwand, weil er nichts erreichen soll. Die Vorgesetzten sagen, der soll irgendwas rauskriegen und dann legen wir es im Archiv ab. Aber der wird immer mehr involviert. Je mehr er in den Fall eintaucht, wird er aufgescheucht und merkt, dass damals bei diesem fürchterlichen Kriegsereignis sich alles ganz anders abgespielt hat. Und alles deutet auf einen Skandal hin. Als seine Vorgesetzten das merken, dass er das rauskriegt und rauskriegen will, sind sie sauer und setzen ihn unter Druck. Hörte die Riege an von Nebendarstellern. Da geht allein die Sonne auf. Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris, Jerry Irvin, Samuel L. Jackson, Diane Lett, Emmy Madigan, John Savage und in seinem letzten Auftritt Peter Fonda. Der ist ja im August 2019 gestorben. Und dem gegenüber, obwohl die alle nur Nebenrollen haben, Stichwortgeber sind, hat dieser Hauptdarsteller, Sebastian Stenzer, ein bisschen Probleme, Identitätsprobleme. Also gegenüber diesen Stars fällt er ein bisschen ab, wie auch überhaupt immer wieder nervt, dass am Schluss alles in Pathos ergeht und in Sülze ergeht und Patriotismus ergeht. Mir kommt in den Sinn am Schluss nochmal dieses Zitat von Paul Valery, was ich eingangs gesagt habe. Und die Feststellung, Krieg ist nicht Terrorismus, sondern ekelhaft, grauenvoll, grausam, widerlich. Es ist Menschenleid durch nichts zu rechtfertigen und schon gar nicht durch die Medaille danach. Aber ich finde, sich mit dem Film zu beschäftigen und ein paar gute Stars zu sehen, auch eben Peter Fonda in der letzten Rolle, immerhin. Dreieinhalb-Pönis für The Last Full Measure, deutsche Ersterführung, jetzt im Heimkino. Du müsstest mir nochmal klar machen, ob das jetzt wirklich so ein, also ich kann das auch nicht so ganz greifen, ob das jetzt auch ein Thriller ist oder ob das nur so ein Antikriegsfilm ist oder ein Kriegsfilm oder wo das jetzt auch... Deshalb dreieinhalb-Pönis, so ganz kann sich der Film selber nicht entscheiden. Aber er beruht auf Tatsachen, denn im Nachspann werden die authentischen Figuren gezeigt und die Vorkommnisse nochmal erklärt, aber sanft, ruhig erklärt. Und deshalb denke ich mir, ist das nicht uninteressant, obwohl mir das Ende, das Ende, dieses Fahne hochheben, weißt du, das geht rein so auf den Sack, das ist fürchterlich. Aber gut, bei manchen Filmen, der Film dauert 115 Minuten, sagen wir, die letzten 20 Minuten, 15 Minuten vergessen wir. Dann haben wir immerhin einen passablen Antikriegsfilm. Sehr schön, werde ich mir angucken. So, ja. Wir haben Zuschriften bekommen, weil wir ja gebeten hatten wegen der Hochzeit, hier dem Til Schweiger-Film. Wir hatten doch gebeten, unsere... Ich muss einen Kommentar, einen Beitrag kurz herausheben, weil ich die Formulierung so schön fand. Irgendjemand schrieb, es war ein Nahtoderlebnis. Ein Nahtoderlebnis. Ich finde, schöner kann man es nicht formulieren und aus den Hunderttausenden von Zuschrift ist mir der Satz geblieben. Also vielen Dank dafür. Also, mit anderen Worten, der mag den Film nicht. Ich glaube nicht. Ich habe ihn geschrieben, wir haben ihn ja nicht zu sehen bekommen. Ich habe ihn schon dreimal gesehen, weil ich so begeistert bin. Die Nase von ihr geht jetzt von hier bis zum Fenster. Also wirklich, die Pinocchio-Nase, der Film läuft übrigens auf der Berlinale, ein neuer Pinocchio-Film. Ja. Der Berlinale, außer Konkurrenz, läuft, das nennt sich jetzt Berlinale-Special, nicht mehr außer Konkurrenz, läuft ein neuer Pinocchio-Film mit Robert Benigni. Ja, schön. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der ist bestimmt süß. Ja. Süß? Ich glaube, der ist alles andere als süß. Ja, aber... Ich glaube, der ist... Panzerberin. Süß ist Disney-Gesabber. Ich glaube, das ist... Nein, ich bin wieder altklug. Okay. Ja, ja. Haben wir noch was? Ja, wir stürzen uns heute Abend ins Night Live. Night Live, ja. Ja, Simon Verhöfen hat einen neuen Film gedreht. Ich mag den Simon Verhöfen. Der hat bisher tolle, oder sagen wir mal, schöne, vergleichsweise schöne deutsche Filme gedreht. Richtig gute deutsche Filme. Mir fällt jetzt natürlich keiner ein. Du hast natürlich auch keinen auf deiner Liste, nehme ich mal. Ist mir klar. Brauchen wir auch nicht, denn darüber reden wir in der nächsten Woche. Ja. Das war's. Und zwar schalten Sie dann wieder ein bei... Äh... Pöniskino-Woche, jetzt auf Audio Now. Mit Fußballhinweisen. Mit Fußballhinweisen, ja. Demnächst machen wir noch einen Sportlog. Genau, so wütend. Ja. Tschüss, Pöniskino-Woche. Der Podcast. Jede Woche neu.